Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum vorwächsamer Abend, Ihrem persönlichen Marktaußenrückblick. Mein Name ist Dennis Gürtleut, es ist Donnerstag, der 11.06.2015, es ist 18.55 Uhr ganz genau. Nun der DAX 0,6% im Gewinn, S&P 500 auch im Gewinn. Aber das spiegelt nur die halbe Wahrheit wider. Wir waren heute schon deutlich höher. Es kamen dann Nachrichten, dass der IWF die Gespräche, die Verhandlungen in Brüssel verlassen hat. Aufgrund von einer gewissen Ergebnislosigkeit. Man sieht hier keine Einigung mit der griechischen Regierung. Und das stürzt letztendlich die Aktienindizes deutlich in die Tiefe. Der US-Dollar, britisch Pfund, australisch Dollar, allesamt auch unter Druck gegen den US-Dollar. Der wurde heute etwas stärker. Nun, was haben wir heute getradet? Wie verlief der Tag? Wir haben drei Trades gemacht. Der erste Trade war britisch Pfund NZD, Short. Hat ganz gut funktioniert, 165 Euro, das war Beginn. Dann der DAX Long über dem Vortageshoch. Also hier die 11.310 grob. Hätte man auch länger halten können, weil er dann noch ein bisschen durchgestiegen ist. Leider. Naja. Und dann habe ich noch einen DAX Long Trade aufgebaut mit 25 Punkten Stop Loss. Heute Nachmittag, kurz bevor die Nachricht mit den Griechen kam. Und dann hat es mich zum Glück nur 25 Punkte gekostet, weil er dann letztendlich 170 eingebrochen ist. Der Stop. Der Stop rettet den Tag noch gerade so ins Plus. Und da bleibt leider heute nur ein Tagesgewinn von rund 102 Euro übrig. Das ist der schwächste Tag in der Woche. Wenn wir uns die Trade-Verteilung angucken, sehen wir zwei mittelmäßige Trades im positiven Bereich. Hier aktuell und ein etwas, ja, auch im kleinen Bereich. Alles in allem also ein gerade so positiver Tag maximal. Wenn wir auf die Woche zurückblicken, dann war der Montag sehr stark. Dienstag, Mittwoch war gestern war der bis dahin Abstand beste Trading-Tage. Wir sind für diese Woche sehr positiv. 1.713 Euro sind es, glaube ich, für diese Woche. Wir werden schauen, wie sich es morgen entwickelt. Das zum Thema Trading-Tag heute. Woche zufriedenstellend, Tag eher unterdurchschnittlich. Tja, wir hatten gesagt, Vortageshoch kaufen hat sehr gut funktioniert. Also wenn man sich das mal anschaut, wir eröffneten bei 11.260, Tief bei 11.238. Schönes Pullback hier an diese Tiefstrendlinienbruch und dann schoss das Ding nach oben. Neues Tageshoch 11.381. Hier kommen dann zwei statistische Werte korrigiert. Pullback läuft leider nicht bis 11.307, sondern der Markt zündet weiterhin nach oben. Geht durch dieses Hoch bei 11.381. Geht auch ohne Probleme dann hier bis zur Tages-EMA 20. Kurzer Halt, 11.402. Wird überwunden, Pullback, Ausbruch. So, und hier war dann mein zweiter Long Trade, nämlich der Ausbruch hier. War auch schon im Gewinn, zwei, drei Punkte. Und Stop-Loss war direkt hier unter der Kerze. So, und es hat dann einfach nicht funktioniert. Ja, minimaler Verlust, sage ich jetzt mal. Kann man absolut mit leben. Hat sich auf jeden Fall rentiert, der Stop. Und das war in dem Fall dann. Klar, die Griechenland-Nachricht, IWF zieht sich verfrüht zurück. Juncker verärgert über den Gesprächszustand. So gehe man nicht mit EU-Partnern um und so weiter und so fort. Also, da polterte es schon in den Nachrichtendickern. Und dann schoss das Ding hier 160, 170 Punkte nach unten. Also, dafür hat man den Stop immer. Das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion des heutigen Tages. Der rettet am Ende den Tag. Na ja, gut. Jetzt, letztendlich, bleibt von dem Tag durchaus eine etwas positive Bilanz. Wenn man überlegt, wir haben hier unten eröffnet und schließen hier vermutlich, dann sind das immer noch 73 Punkte im Gewinn. Aber der Erbverkauf ist natürlich schon nicht ohne. Schauen wir mal auf die grundsätzliche Situation. Hier haben wir den DAX auf dem H4-Chart. Das Problematische an der jetzigen Situation ist, dass wir selbst bei Anstiegen, die noch kommen können, einige starke Widerstände haben. Vorrangig ist der Bereich um die 11.500er-Marke gemeint. Wir haben da zahlreiche gleitende Durchschnitte. Tages SMA 20, darüber hinaus die Tages EMA 50, die Wochen SMA 20, das Vorwochenhoch. Also durchaus einige Marken, die hier den DAX begrenzen sollten. Hier läuft aktuell gerade die Korrektur im abwärts geneigten Trend. Die kann noch bis 11.682 laufen. Von daher, was ist die Strategie? Wie gehen wir jetzt hier vor, beziehungsweise welche Marken suchen wir? Nun, er stabilisiert sich hier in den Tiefs, was grundsätzlich positiv ist und für eine Long-Position spricht. Relativ nah am letzten Tief. Aber die Griechenland-Nachricht ist durchaus nicht zu unterschätzen, sodass ich mich hier erstmal sehr defensiv zurückhalte, weder Long noch Short gehe. Was man probieren kann, wäre morgen nochmal der Short am Vorwochenhoch. 11.512 Punkte, ganz kurzfristiger Short, eng gestoppt. Das würde ich nochmal probieren, eventuell. Gegebenenfalls auch Durchbruch. Also ich konzentriere mich maßgeblich auf die 11.500. Ansonsten ist mir das Risiko ehrlich gesagt zu groß, dass er mir hier einfach zusammenklappt vor dem Wochenende. Das ist mir ehrlich gesagt doch zu hoch. Das heißt, möglicherweise nach einem Sell-Off vielleicht den Long bei 11.160. Das könnte ich hier mir nochmal vorstellen, im kürzerfristigen Zeitfenster. Ich meine, das ist jetzt nicht befriedigend auf kurzfristige Sicht, klar, aber hier wurde der Trend eindeutig verletzt mit bärischem Momentum. Die Nachrichtenlage ist nicht wirklich positiv. Wir haben kurz vor Wochenende und wir sind noch weit entfernt von Unterstützung und Widerständen. Gut, wir sind jetzt am aktuellen Vortageshoch. Da können wir uns mit Ach und Krach stabilisieren. Wenn hier überhaupt, dann der Long bei 11.176 Punkten oder eben der Ausbruch über 11.534 beziehungsweise hier oben der kurzfristige Short an dieser Stelle. Das kann man so stehen lassen, ja. Blicken wir nun auf die amerikanischen Werte beziehungsweise Aktienindizes. Der Dow Jones konnte heute das Momentum etwas fortsetzen, scheiterte letztendlich aber dann hier, Ich denke mal auch aufgrund der Nachrichtenlage an dieser abfallsverlaufenden Trendlinie. Wir sind hier nicht in einer wirklich interessanten Zone. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den S&P 500. Auch hier haben wir jetzt mal das bullische Momentum fortsetzen können, aber die abfallsverlaufende Trendlinie, die blockierte bei rund 2.115 Punkten obere statistische Tagesbandbreite, Vortageshochausdehnung und alles in allem schwebt hier noch das Vorwochenhoch oben drüber. Also von daher, die Longpositionen laufen nicht weg vor dem Hintergrund, dass hier durchaus noch einige Widerstände über dem Chart lagern und wenn überhaupt ein Longausbruch nochmal getradet wird, dann vermutlich erst ab dem Vorwochenhoch, spätestens dann, wenn diese bullische Aufladung sich hier nach oben hin dann entwickeln sollte. Alle frühestens erst ab dem Vorwochenhoch. Nasdaq ebenfalls ein Kandidat. Auch hier hat zwar die Widerstände bei 4.460 überwinden können, jetzige Unterstützung, aber die Widerstände beim Vorwochenhoch sind auch nicht ganz ohne. Wir pendeln also jetzt mitten in dieser ehemaligen Range. Das bedeutet, wenn überhaupt, dann ist die untere Handelszone für potenzielle Longpositionen nochmal interessant. Gegebenenfalls hier der Ausbruch beziehungsweise der kurzfristige Scalp. Aber ansonsten sind wir mitten in der Range und da ist Vorsicht geboten. Dann Australisch-Dollar-NZD haben wir hier. Das ist sehr, sehr stark am Ende der Tagesgewinner, muss man ganz klar sagen. Er hat das Vorwochenhoch dynamisch durchschossen und wir sehen es auch hier an der Heatmap. Australisch, nee, britisch Fund hat es gerade überwunden. 577 Pips, Wahnsinn. Als Reaktion auf die überraschende Zinssenkung im Neuseeländisch-Dollar. 577 Pips an einem Tag. Wahnsinn, Wahnsinn. 2,7% ging es nach oben. Australisch-Dollar, Neuseeländisch-Dollar ist hier 2,5% im Gewinn. Auch noch sehr stark. Die Notenbank plant auch noch weitere Zinssenkungen. Also der erstmal temporäre, finale K.O. für eine Währung. Also es fehlt nur noch, dass jetzt die Inflationszahlen nach oben schießen und die Arbeitsmarktzahlen in den Keller. Dann haben wir wirklich die ungünstigsten Voraussetzungen. Aber das ist schon, wenn die Notenbank so drastisch einschreitet, ist das schon deutlich zu sehen am Markt. 580 Pips mittlerweile sogar, Wahnsinn. Ja, Australisch-Dollar, Neuseeländisch-Dollar im Poolback nochmal sehr stark hier, wie gesagt, unterstützt durch die fundamentale Situation. 1,0910 sollte man im Auge behalten. Kommen wir zum Euro-US-Dollar. Alles in allem war das eher eine enttäuschende Vorstellung, es hat sich nämlich eigentlich nichts getan. Die 1,1450 konnte nicht überwunden werden. Wir hatten auch noch nicht mal Pullback auf die 1,1070, geschweige denn von der 1,0813. Blieb unter seinen Möglichkeiten. Durchschritt das Vortagestief. Hat dann hier ideal die Vortagestief-Ausdehnung angetestet und hat rückzuck 60 Pips gemacht. Also von daher, der Short hätte hier funktioniert aus der statistischen Variante her. Aber gut, wir bleiben bei der Variante, die wir vorgestellt haben. Australisch-Dollar, US-Dollar. Da wurden wir gefragt, warum wir da nicht mehr so drauf eingehen, beziehungsweise ob wir denn darauf eingehen könnten. Gerne. Wir haben hier durchaus den Grund, dass wir erstmal den Chart außen vor lassen und den nicht auf dem Handel, auf dem direkten Handelshorizont kleben. Wir haben nämlich hier, selbst wenn wir des Vortages hoch überwinden würden, direkt drüber ist Vorwochen hoch, zahlreiche Widerstände. Das bedeutet für einen Stimmungswechsel, Bewegungswechsel, ist als zwingende Bedingung ein Schlusskurs über 0,7875 geknüpft und der ist noch 150 Pips entfernt. Das zum einen Short-Position in der Mitte dieser Konsolidierung ist kein Setup für mich. Wenn überhaupt, dann wären das hier die nächsten zwei Handelszonen, also 0,76 oder 0,7880. Und das muss er erstmal erreichen und dann muss der Chart auch mal liefern. Als letztes wollen wir uns den Euro-Kanadisch-Dollar angucken. Stundenchart, hier ballt sich etwas zusammen. Schöner Pullback im Übrigen auf die inverse SKS-Formation, die wir hier in dem Chart sehen, übergeordnet. Und ja, ist eine Long-Position wert. Gefällt mir gut. Meine Damen und Herren, das war es von meiner Stelle aus. Wir werden schauen, wie der morgiger Handelstag wird. Ich hoffe doch mal, es wird ein positiver Wochenabschluss. Für jetzt ist erstmal der Feierabend angesagt. Ich wünsche Ihnen diesen natürlich ebenso. Alles Gute. Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.